Nachspielzeit der ersten Halbzeit und der gefaulte trat selbst an. Simon Terodde gegen Castells, Castells hält und Terodde drüber. Aber Zweier gab den Wolfsburger Partycrasher, denn Blick auf Castells, der geht von seiner Linie runter und Minimum ein Fuß muss die Linie noch berühren, bis Terodde schießt und das ist hier nicht der Fall. Heißt also zweiter Versuch für Terodde, richtige Entscheidung von Zweier. Das hier ist keine Wiederholung, das ist keine Wiederholung, das ist doch der gleiche Elfer, Terodde verschießt ein zweites Mal, Wahnsinn.